So, hallo und herzlich willkommen zu Rüsch. Ja, man hört, ich bin etwas verschnupft. Ich hab's irgendwie geschafft, mir gleich halt nochmal eine Erkältung einzufangen. Gott. Ja, und ich hab auch richtigen Reizhusten. Ja, was kann man noch sagen? Ja, genau. So, was ich zuallererst mal sagen wollte, danke an Equitas, denn, ja, also ich hab nachgefragt, wie ich, glaube ich, schon mal erwähnt hatte. Und ich hatte ja gesagt, ich denke mal, er schreibt nicht zurück. Aber das hat er dann doch getan und er hat's erlaubt. Deswegen würde ich jetzt auch gerne gleich mal hier was von ihm anmachen. Äh, ja. Hier, weiter. Ähm, also. Ich hab's doch reingezogen. Ich wollte jetzt hier, ja, hab ich reingezogen. Ich will das hier irgendwann random. Ah, okay. So. Oh, ich find die, ich find's einfach geil. Oh, klar. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Go on and never look behind A saving remedy to mend my heart A golden prism for my mind Take me away into my dreams Into a day without a morrow Where every moment tastes so sweet Erase my never-ending sorrow Give me the chance to close my eyes Let me escape the course of time Another trip, another lie For one night Build me a castle where a cold sun shines A place to spend eternity It's hard to tell what's wrong when nothing's right When hate's the fuel that feeds what's left of me When pain's the only thing that makes me feel I bleed to know if this is real Take me away into my dreams To a day without a morrow Ja, okay Okay So, ich glaub, das war jetzt grad etwas sehr laut Deswegen hab ich's ein bisschen gedrosselt Ach, kacke Warum leckt'n der jetzt so? Macht der hier schon wieder irgendein Update? So, noch vier Ja, und dann, na, es geht gleich nochmal richtig los Aber ich werd' gleich auch noch ein anderes Thema entsprechen Und zwar ein Thema für die Manga-Fans Oh Should I say it? Ja, ich glaube, das ist ein Thema Ja, ich glaube, das ist ein Thema Ja, ich glaube, das ist ein Thema Ja, warum leckt'n der jetzt so? Warte mal Alter Ich schaue hier gerade mal beim Taskmanager, was jetzt hier so viel braucht Ja Ja, aber So ein bisschen iTunes braucht auch etwas viel Naja Alter Warum ruckelt der so heftig? Dann schließe ich halt mal eben Skype Bist du dann glücklich? Sonst klappt es doch auch immer Ja, also Also, ja Äh Ruckel Alter Warum ruckelt'n der jetzt so scheiße übel? Naja, ich wollte ja ein Thema für die Manga Boah, ich hab's mit meinem Fastplan Ähm, für die Manga-Fans unter euch Äh Ja, das Thema ansprechen Und zwar Ähm Wirklich, äh Also, ich hab den Äh, das ist Der Anime-Manga, wie auch immer man jetzt gerade sagen will Ähm Physi- Äh, nein Psychic Academy Ist richtig geil Kann man wirklich empfehlen Er ist zwar etwas Sehr pervers Äh Äh Anime Aber Mei Ich hab den mit 10 bis 12 irgendwie so gelesen Oh, und es wird Dunkel Alter Das ist doch nicht mehr Ab Äh Das ist doch nicht mehr normal Warum lecken der jetzt so? Oh, das sieht lustig aus Und ich möchte mich gleich nochmal So Ich weiß nicht warum, aber der Windows Explorer braucht gerade auch etwas viel Weshalb es daran liegen könnte Ja, also, zu dem Manga Ähm Der ist schon etwas älter Seit 2005 gibt's den, glaube ich schon Äh, kann ich mal nachschauen, aber Ähm Wo steht's na Ne, sogar 2003 So Endlich geschafft Ach, ich Ich hab hier da eine Brücke und ich Check das nie Ähm Ja Alter, braucht Traps gerade viel Was ist mit meinem PC los? Ähm Ich schließe, glaube ich, auch nochmal das Internet Jupp Vielleicht meint er ja dann jetzt Dass es besser wird Hoffe ich Ach, jetzt weiß ich's, woran's liegt iTunes braucht zu viel So, jetzt Ja Jetzt weiß ich Ich hab gerade ein paar Updates für Apps gedownloadet Ja Ja, und das meinte dann halt so Ja Leck mir Oh morsch Du darfst jetzt erstmal schön warten Also Lecken Tutentun Was? Alle? Geil Brauch unbedingt mal ne Tierfarm Ja, also Ich muss ja wieder auf den Comic zurück Komm mal wieder Ähm Ich muss auch schon wieder mich muten Oh Gott Richtig schlimm Ähm Ja Ich nehm mir jetzt nur auf, weil Heute noch was kommen muss Habe ich alle Viecher getötet Oder was ist los Naja Also Äh Psych Äh Physik Academy Ist wirklich geil Ist halt etwas sehr perverser Äh Manga Aber Selten so einen guten Manga gelesen Oh Chicken Braten wir uns dann Ja du Chicken Stirb Ey So Noch irgendwo was Zum Kill Oh Da ist ja Unser allgeliebter Leben Ja wie geil Oh Oh wie geil Wie viel Ja auf jeden Fall Äh Ich bin immer etwas sehr schnell abgelenkt Merkt man ja Oh Kaputt Kaputt So Erstmal einsammeln Och Und auftauchen Auftauchen Hier einsammeln Oh Geil Und ich muss mich glaube ich schon wieder muten Wie geil ist das Denn Ja ich fände es richtig geil Dass ich Hier immer noch krank bin Verdammte Scheiße Und ich muss mal unbedingt Äh Mich versuchen mehr zu konzentrieren Auf die Themen die ich ansprechen will Es äh Es sollte mir noch gelingen So ähm Ja In dem Manga Geht es praktisch Äh Mal wieder um einen Auserwählten Der ähm Also da gibt es diese Aura Nennen die das Ähm Und äh Diese Auren Äh Sind praktisch Spezielle Kräfte Äh Wodurch man Äh Tänker Äh Äh Tänker